und herzlich willkommen in der weiteren folge ark aberration er glänzt immer noch mit seiner chattin rüstung der schulter schlumpf er glänzt auch auf meiner schulter und wir stellen gerade bolas her nämlich heute beginnt die expedition in die wildnis haben wir ja letztlich gesagt sie bolas habe ich jetzt zehn stück am start was ich auch noch herstellen wollte eben waren trinkflaschen ja beziehungsweise trinkglas dafür brauche ich noch zwei kristall zement aber zement dürfen wir auch haben wir jetzt noch kristall haben wir zum glück auch von den ganzen guten erdbeben denn der trinkschlauch wird ja immer immer wieder immer wieder leerer und wenn wir jetzt vom wasser weg gehen dachte ich mir nehmen wir mal besser ich bin level 40 das kann ich erst sehen wir auch ein level abbekommen das kollektor wenn ich auch noch nicht kannst du kannst du zement herstellen ja mache ich sofort und ich stecke mal was in nahkampf schaden rein wieder wir brauchen dafür chitin chitin habe ich leider nicht aber keratin geht auch oder nicht ja haben wir keratin aber ich kann keratin kann ich vielleicht besorgen oder hinten ist ein drop glaube ich gehe mal eben erst zum job und guck mal ob ich dann da hinten vielleicht irgendwas fehlen kann was keratin bringt ja dann gehen wir mal ganz kurz auf jagd da war schon mal ein raptor genau wir jagen wir brauchen ja auch fleisch wollen auch nicht verhungern während wir unterwegs sind hallo kleiner wie ist dieser dieser seh mittlerweile ziemlich leer der will vier bitte richtiger laden raptor wir haben ja früher ordentlich spiellos drin mittlerweile ist hier nichts mehr echt gar nichts also ich sehe fix im wasser nächster raptor supergeil das war's richtig okay wir brauchen schildkröten oder skorpiode für chitin oder keratin nee hier ist noch so ein komischer glühkäfer der müsste eigentlich aufgehen noch nicht ein glühkäfer oh da haben wir diese und da haben wir diesen alpha ravenger den holen wir uns auf jeden fall in der folge wow ich glaube sogar einer von den alpha ravagern die uns gefehlt haben damals waren sie nur level 4 also vermutlich ich bin gerade drei level weiter gekommen weil ich eine schrotblinde hergestellt habe what the fuck und hier ist auch honig oh ey die können so geile sachen looten okay den honig da müssen wir aber unser schwert schon mal bereithalten aber das machen wir zusammen mit deko das ist mir zu gefährlich ich wollte gerade sagen weil ich habe hier auch gerade zwei Bienennester aber ich habe Angst da dann musst du doch wahrscheinlich bei mir in der nähe okay dann haue ich jetzt erstmal den open run ne ich bin auch bei einer fußseite ich pull jetzt mal so einen komischen leuchtekäfer runter hoff ich jo one shit one shit one shot one shot war das one shit aber auch komm schon dein pfeil neun chitin habe ich bekommen wie viel zement brauchst du denn eigentlich ähm ich brauche für eine jar also für ein glas brauche ich sieben zement oh aber schon ein bisschen ich schau mal wie viel ich herstellen kann zehn rein keratin drei drei zement oder was drei sogar nur zwei zement das ist nichts toll fies der glühkäfer lässt sich nicht abbauen ey lass ihn los lass ihn los ah lass mich los okay zack haben wir also ich kann hier äh ich habe hier noch einen glühkäfer empfehle ich auch hallo oder durchgeschossen jackpot man kann irgendwie die charges ähm aufladen oder aktivieren geht doch die was auto active at full charge disabled warte mal was ist das der kann dann irgend so eine special attack aber ich weiß nicht was welchem teufelsgerät du da redest ja von dem bulk dock ach ach so jetzt ist ja unsere taschenlampe er hat jetzt 224 charge geht es langsam runter aber er spendet licht ok das ist aber echt geil ok machen wir jetzt mal wieder weg ja da haben wir damit schon mal eine lebendige taschenlampe da ist schon wieder so ein keps diese haut eigentlich schon wieder auf den boden ich verstehe das nicht eine riesenkepse haut immer auf den boden wenn ich die sehe wir haben wieder 200 metall in jedem ofen das wird jetzt noch ein bisschen durch glühen bis es dann metall waren werden wie viel chitin brauche ich für einmal ziemlich ich glaube sechs oder vier waren das ne vier waren das ehrlich mhm ich glaube wir brauchen Munition 34 habe ich aber wollen wir jetzt den komischen ravenger hier killen wir haben noch bolas suchen wir doch eigentlich easy weg oder nicht warte welche brauche ich denn dafür ich bin wieder da kannst du cement herstellung eben starten habe ich schon so noch mehr aber kannst du es nicht einfach auch ah ne du kannst es ja nicht lernen ne ich habe keine also ich kann es lernen aber ich habe keine das WC-Ment brauchen nämlich zwei Leute lernen äh zack 133 Punkte jetzt brauche ich noch Munition ach zack wir müssen uns auch irgendwann mal Bier machen das ist auch geil ich hole mir jetzt den alpha ravenger ne harpoon schleuder wow pam oh fuck hier sind mehrere ravengers ich hoffe die lockst du jetzt noch nicht an oh 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 please jetzt noch nicht ich habe einen erwischt wer verletzt bin ich oh dieser alpha ne ich hole ihn mir aber der alpha kommt jetzt glaube ich näher auch schon ein Stück schnell ein Stück schnell ja ok einen habe ich weg den ersten hast du der alpha haut gerade ab ja wie saut der ab er kommt wieder kaputt hast ok hab ihn jetzt drauf boah boah da ist noch einer oh fuck Deko du musst aufbauen jetzt gehts dir rund boah der alpha ravenger ist glaube ich gleich wieder uncut deswegen nochmal alter ok der die boxt dich da selber bam bam holen wir uns den wow der ist wieder befreit worden ich bin schwer verletzt Hilfe hab ihn hab ihn nicht doch hab ihn oh ok der hat nur scheiße toll ich blute richtig hart der andere star und der Summenpferd hat den Platz gemacht ok machen wir das Summenpferd auch Platz welches Level ist er weiss er nicht schauen wir mal eben wir haben noch Level 13 wär das aber das war wohl doch kein ähm alpha er hatte nur komisch warum auch immer er geleuchtet hat er hat geleuchtet ich war einfach der Führer Rudelführer achso stimmt das gibt es ja bei irgendwas anderem auch noch Tag Pfeil nochmal bekommen ja brauchen wir nicht reiß auf den Ravenger ok jetzt schauen wir mal ich hab richtig Hunger wow ganz schnell Fleisch essen ganz schnell Fleisch reingepackt und dann schauen wir mal wieviel Schaden denn so eine Gewehrkugel anrichtet lol ich hab jetzt elf Zement das war's really dafür kann ich ja mal ein Glas herstecken ich würde eigentlich zwei für jeden machen wir kriegen noch Vorrat drauf hier erstmal was reinhauen aber die Zutaten dafür müssen wir uns wohl erst zusammen sammeln machen wir gleich Metall rein wir brauchen jetzt ordentlich Schießpulver haben wir hier Schießpulver drin? da war 40 Schießpulver wir werden ein bisschen mehr haben ich weiß nicht unbedingt ordentlich aber Fels haben wir auch das ist nicht wirklich viel was brauchen wir denn? Holzkohle und Zinnpulver ok Holzkohle kennen wir doch aber hin oder? da dürfte doch eigentlich viel in den Kisten sein Holzkohle könnte da sein ja ja ich mach nur auf die Suche nach irgendwas was ich äh nein falsch Kinetin oder Keratin irgendwas brauchen wir oh das gibt jetzt ordentlich gut auch hier ist nochmal so ein Rudel Rave bitte ich hoffe das ist die richtige Muni dafür ja ist es ok Deko wir können den Fortschritt ausnutzen und Munition in unsere Waffen laden ich meine Waffe die Munition braucht keine die Flint ist aber schon schon äh in der Werkbank so soll ich die Rave warte mal welches Level sind die beiden log die mal eben an ich will die wegknallen der eine ist Level 11 einfach aus der Base oder? Alpha ist Level 33 ach da bist du ok ja ja vorne dann bowler mal ein ja die sind beide zusammen ok warte dann hole ich einfach den anderen Digga der haut immer am Anfang ab ich bin nicht einfach kill ich jetzt peace ok Rudelführer komm und jetzt testen wir die Waffe 152 Damage geht eigentlich toll Hauptsache der hat eine größere Reichweite Alter jetzt wird aber fertig gemacht jetzt nicht mehr Hauptsache kaum ist sein sein Kollege tot Reichweite weg ok Gesundheit Ausdauer Gewicht Level 45 das ist doch bestimmt was Gutes 45 heißt oh Metall Sachen jetzt schon geil würde ich sagen du baust jetzt mal deine ganzen Sachen da wieder auf und dann gehen wir auf Expedition ja ich bin gehen wir mal ein bisschen raus hier eigentlich bin ich schon ready weil mehr kann ich ich kann nicht mehr irgendwie zusammen oder reparieren also ich brauche noch ein bisschen Fleisch also ich habe jetzt zwei Fleisch dabei das ist eindeutig zu wenig dann kannst du noch die Flinte aus der Werkbank mitnehmen und die Munition dazu Munition crafte ich jetzt nochmal so 10 Stück für jeden Linte aus der Werkbank plötzlich gegen was tausche ich dir eigentlich aus ich habe jetzt alles drin mein ganzes Inventar so zugeknallt immer die Pike weg Pike hat aber eine geile Reichweite als der Schwert ich weiß ok dann wollen wir mal noch einmal hier aufladen Munition herstellen und dann go äh Munition habe ich aber noch nicht noch gar nicht daddy kommt ammunition ok 10 Schuss hast du ab geht's paar Sachen wegschmeißen Code ja so wir laden das Ding schon mal da sehe ich klüger aus oder ich bin zu klug K L U K Alter ich sehe das wie so ein verrückter Professor man schau mich mal an hier schau mich mal an also bist ja auch so ein so raketenwissenschaftler du bist ja auch so ein bao du magst her hast alter ich nehme du musst mich mal rasieren man so ähm go go wir gehen jetzt aufpassen Da vorne waren ja, so in die Richtung, wo wir gerade laufen, waren ja diese komischen Fliegenpilze wieder. Ja. Watch out. Drink something. Okay, da haben wir die Fliegenpilze. Aber ich glaube, wenn man da durchrennt, schnell, dann passiert nicht. Soll ich versuchen mal? Doch, 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 doch. Okay. Da unten sind ziemlich angefickte Stegos. Okay. Also einer ist tot und der andere ist ziemlich zufrieden. Ah, echt? Okay, da haben wir einen Raptor. Oh, hier wieder aufpassen, alles voller Fliegenpilze. Wo bist du denn eigentlich schon wieder? Ich bin nix von dir. Was sind wir gerade noch neben mir? Ah, hier ist ja alles voll! Welches Level ist der denn hier? Der ist Level 36? Oh, ich weiß nicht. So, oh, wir könnten hier jetzt, äh, ein bisschen diese, diese Glühviecher killen. Warte mal, wo ich die meine Armbrust. Und die geben zumindest irgendwie so 10 Chitin-Profi. Echt so viel? Okay. Dann gehen wir hier mal weiter. Also hier war ich noch nie. 18 Chitin sogar. Oh, das ist ein angefickter Stegos, ja. Okay, ja, die machen wir platt, komm. Den Stegos kriegen wir jetzt. Also jetzt noch der, der Fangschuss. Oh, der hat sich mit einem Kogodil gebettelt. Kogodil hat für Team. Aua! Äh, Keratin meine ich. Okay, da sind wieder Revengers, wieder aufpassen. Ja. Inventar öffnen, irgendwas cooles. Warte doch mal. Erstmal, oh! Hier irgend so ein Rezept. Kogodil hauen noch ein Rezept. Jetzt können wir was platt machen. Alter! Was ist denn hier passiert? Richtiger Genozid hier. Wo ist... Lies, ihr bleibt doch mal stehen, du scheiß komischer Fickkäfer, Alter. Was ist falsch bei dir? Oh, da haben wir Honig. Wollen wir es mal wagen? Komm, Diko. Ey, der Käfer soll stehen bleiben. Geht doch. Warte, hier haben wir Honig. Ist hier irgendwas, was uns ficken kann? Oh, da haben wir ein Spino. Welches Level ist er? Obwohl, ich glaube, der würde uns so oder so nutzen. Ich glaube, es ist echt egal, welches Level der ist. Wo ist denn hier ein Spino? Hinterm hinterm Wasserfall. Was? Ja, da war gar noch einer, der ist ja gerade reingelaufen. Vielleicht ist er in der Hülle. Alter, wollen wir da mal hin? Der hier keine. Das ist auf jeden Fall gerade einer gewesen. Oh, ich habe gerade richtig Angst. Was ist, Alter? Ich glaube, es sind irgendwelche Viecher hier im Wasser. Das ist ein Fisch kam mir gerade entgegen. Okay, ich habe leider mein Fernrohr nicht dabei. Ich habe mein Fernrohr dabei, aber ich sehe da drin nichts. Der hier vielleicht abgehauen? Oh, hier ist was Großes. Oh, der ist nach links gelaufen. Haben wir den da oder was? Ja, Level 18. Level 18? Wir sollten den, glaube ich, abhauen. Ja, ja, abhauen, 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 abhauen. Sonst kommt nach dem Glühkäfer, komm, komm hier. Okay, alles mit mir was geht. Ich bin wieder Level ab. Ich glaube, ich gehe noch mal ein bisschen auf Gesundheit. So. Ich bin so viele Level gereist in dieser Folge schon. Das ist krank, Mann. Ich laufe jetzt immer mit Bolas rum. Ich habe wieder 0. Oho! Okay, eingesammelt. Oh, Ravengers! Hol die Bola raus! Hol die Bola raus! Habe ich! Hier sind welche gewesen? Ach, da, okay. Ja. Alter! Wuuu! Den Alpha habe ich erwischt. Alter, wie springt die denn? Wow! Wow! Die müssen wir platt machen, aber sehr, sehr schnell. Ja. Auch. Wow! Schnell! Oh! Da musst du echt aufpassen, wenn du nicht zu nah rangehen. Ja. Okay, den habe ich. Ich glaube, an den Alpha gehe ich sogar nur, schieße ich mit meiner Armbrust. Wow! Wuuu! Ich habe keine Bola mehr! Wow! Hey, ich habe ihn doch gebolaht! Hey, er lässt sich nicht bohlen! Ich habe ihn zweimal gebolaht! Er fickt mich! Hilfe! Alter! Wow! Ich habe ihn ehrlich zweimal gebolaht! Er ist nicht stehen geblieben. Er hat beide mal null Schaden bekommen, aber ist einfach weitergelaufen. Was? What the fuck, Alter! Kann man ihn vielleicht nicht zweimal am Stück bohlen? Ich weiß es nicht! Hätte nicht gedacht, dass es da Probleme gibt! Alter! Jetzt erst mal irgendwie wieder hochhealen! Wäre fast mein Ende gewesen, ey! Wie ich auch sehe! Sieht einfach so geil aus! Okay, ich habe ordentlich Damage bekommen! Ich brauche Chitin! Dann kann ich wieder ein bisschen reparieren, aber so ist es schwierig! Aber gut, dass du das überlebt hast! Das wäre sonst echt bremslich gewesen! Das Gute ist, ich kann meine Sachen reparieren! Ich habe Chitin angesammelt! Warte mal! Ich muss noch einen Fasern bauen! Fasern? Chitin! Da hinten fliegt wieder so ein, äh... Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Ist das ein Fisch? Hä? Wieso kann ich das nicht reparieren hier? Hier ist nur eine Werkbank! Ach stimmt! Chitin gibt es nur eine... BG! Okay Diko, weiter geht's! Level 40! Ich habe nur noch, äh... Dritte meiner HP, ne? Ja! Oh wow! Wow! Okay, hier ist ein Spino! Da ist ein Krebs! Aber die bitchen sich nicht an! Das finde ich echt komisch! Scheint echt im Einklang zu leben! Ist das hier an der Seite? Wollen wir hier hochgehen? Ach, da wird zu lang? Okay! Okay, hier an der Seite könnte man theoretisch runter, da unten ist ein Krokodil! Müssen wir hier ein bisschen Licht machen! Ist schon wieder dunkel! Oder relativ! Also bei mir ist alles, äh... Alles hell! Also ein Krokodil wäre da unten, dass wir killen müssten! Jaaa! Ich würde sagen, das machen wir auch! Hier oben schon mal anfragen! Jetzt will ich mal gucken! Wann! Hier sehe ich jetzt auch so einen scheiß Krebs! Da ist echt nix, ne? Er haut einfach nur so auf den Boden! Digga, ich muss noch mal was treffen! Ich treffe den einfach nicht! Wer denn dann ist Krokodil oder was? Ja! Krokodil? Endlich! Krokodil oder was? In seinem Wesen! Er ist will oben! Toll! Hauptsache das Blut spritzt, aber kein Schaden! Hä? Ich habe den so selten! Wow! Digga! Hä? Zwei Sumpferde gegen Krebs! Auf der linken Seite! Wer gewinnt? Ja, das Krokodil kommt jetzt! Okay, den müssen wir kurz platt machen und können uns was anschauen! Alter! Richtiger Kampf der Riesen-Nexler! Ja, okay! Schnell nach unten! Okay! Will mir den Kampf weiter anschauen! Richtig geil! Das eine so verlaut schon ab! Wow! Wow! Der Krebs hat richtig Damage! Ich fick jetzt den Krebs! Digga, was für ein Level ich denn bin! Eine Milliarde wahrscheinlich! Alter! Er hat nur 28 Schaden bekommen vom Gewehrschuss! Aber 95 hiervon! Drauf da! Ja! Du musst in dein Gesicht schießen, Deko! Ja! Und ich muss vor allem mit Armbrust schießen! Ja! Ja! Rumpfährt! Go Sumpferd! Go Sumpferd! Nein! Ohne Gott! Fick seinen Arschloch! Nicht unsers! Er kommt zurück! Alter, ist das ein geiler Kampf! Alter! Richtiger Alien-Masken-Krebs! Und jetzt fickt er wieder das Sumpferd! Ich hab ihn gekillt! Oh! Mich mal ein Level ab! So ein Pferd in dein Gesicht! Komm, Vicky! Ja, ist deiner, ist deiner! Ein Schuss noch! Ja! Und da ist noch ein Krokodil! Wow! Da ist noch ein Krokodil! Der frisst uns alles weg! Ey, ganz ehrlich, das ist unser Ding! Oh, die erste Krabbe, die wir umgemacht haben, Mann! Nice, Mann! Oh, die hat doch so ein geiles Loot! Ich hoffe! Okay, ist auch gleich down! Ja! Oh! Ein Schuss noch! Okay, sehr schön! Aber er hat echt alles weggefrisse, ne? Wo ist der Krebsinn? Boah! Er hat alles weggefrisse! Nein, die Piranhas! Piranhas? Ja, diese Piranhas! Ey, nein! Ey, die müssen wir flexen, oder? Please! Hat er hier irgendwas? Er hat ein Rezept und... Schissel! Okay, Piranhas, komm! Aber guck mal, da ist so ein blauer Job! Da will ich hin! Das ist... Es muss irgendwas geiles sein! Ja, falls wir ihn schon aufsammeln können! Wir müssen es versuchen! Auf der anderen Seite ist wieder ein Alpha Revenger! Oh mein Gott! Das ist gerade echt spannend! Der Job hat sich vor meinen Augen aufgelöst! Gerade erst despawned! Oh nein! Alter! Ich bin... Ich war gerade auf dem Weg dahin zu schwimmen! Fick meinen Arschloch! Please! Ey, die haben jetzt nicht mehr Loot, ne? Das ist richtig... Richtig scheiße! Aber warum... Warum ist der Krebs weg? Ja, ich denke mal, die Piranhas haben den Weg des Neck! Please, Alter! Okay, ich mach uns wieder Bolas! Ja, ich hab noch... Ne, ich hab auch keine mehr! Hier war ja noch ein Krokodil! Was haben wir hier noch? Pfeile zurück! Aber du musst doch so viel Level gereist sein! Ne! Nein! Ich hab jetzt ein Level Up insgesamt bekommen! Bei... Vom Sumpfpferd, Krebs und Krokodil! Was? Hätte ich nicht gedacht... Skorpion! Daddy! Daddy ist hier! Ich glaube ich kann den auch mit gegrilltem Fleisch wittern! Den Pulp Dog! Okay, bringt aber kaum was! Sondern was braucht der? Der braucht diese Aquatic! Warte, dann kannst du dir nämlich einen jetzt machen! Hallo? Kommen die her? Hallo? Du fickst den ja gerade, ne? Du brauchst meine Hilfe gerade nicht! Den Skorpion fick ich nicht! Level 36! Oh! Das Gute ist Skorpion ergibt... Der gibt die Team! 31! Ja! Oh! Der hat Kaka gemacht vor meinen Augen! Richtig viel Kaka! Richtig gross! Eingekaka! Oh! Ich fack noch was! Ausdauer! Krokodil gehen! Bitte was? Auf jeden Fall so ein Leichengänger hier! Doch! Bolas! Da kann ich noch einen Skorpion ficken! Bring ich hier hin! Ja! Gebe ich dir sofort! Obwohl! Kann ich ihn hier hinschmeißen! Ja! Wie soll er genannt werden? Kenn ihn, äh... Kenn ihn erstmal Jeffrey! Du kannst ihn dann umbenennen! Den Lampen... Lampen irgendwas... Jeffrey! Sehr schön! Das ist Jeffrey! Habt ihr doch was für ein riesen Viech das ist, Alter! Ich dachte die werden irgendwie kleiner, wenn die auf der Schulter sitzen! Oh! Steine brauche ich! Okay! Ein Schwert! Ein Schwert! Ein Mann! Ach ne! Ein Schwert! Hast du überhaupt schon einen Bolas? Ne, ich hab keine! Oh fuck! Da ist... Was denn? Skorpion? Boah! Raptor! Er kam aus dem Nichts! Raptor! Raptor! From the... Nether! Fasern brauche ich! Okay! Peace! Fand ich doch leichter mit... Armbrust! Weil ich glaube ich hab' ich aufgeschreckt! Okay! Bolas! Dahinten kommt ein Krokodil wieder! Oh oh oh! Wait wait! Komm schon auf dich zu, oder? Komm jetzt her und nimm die Bolas! Ja aber... Hab' mich noch nicht registriert! Kommt auf mich zu, aber hab' mich noch nicht mehr gut! Ich hab' Hunger! Ich hab' Hunger wohl! Ich muss gleich auch was essen! Ich hab' auch gar nicht mehr so... Nimm die Bolas! Nimm die Bolas! Nimm die Bolas! Bolas! Ding ist weg! Ich glaube ich muss gerade rohes Fleisch essen! Gerade ein bisschen blöd! Ah! Hilfe! Warte wir machen uns hier so'n kurzes Basislager! Da brauchen wir noch ein bisschen Stein! Kann man ein Krokodil mit Bodas Lehm? Ich glaube nicht, oder? Ne, ich glaube auch nicht! Level ist der Kollege! Level 33! Das sollten wir auf jeden Fall eigentlich von irgendeiner Erfügung ficken! Von hier oben war das noch nicht schlecht! Ich will ihn nur noch anlocken! Ja, ich lock' ihn an! Warte mal! Wir brauchen erstmal einen Plan! Wo ist er denn? Da oben ist, ne? Schiehst du ihn? Ach hier! Ja! Ich schieße ihn mir an! Alter, 196 Damage! Geiler Scheiß, man! Oh fuck! Okay doch! Krokodil ist langsam zum Glück! Wow! Fast down! Letzter Schuss! Wieder ein bisschen Haut! Ein paar Pfeile! Zeck! Okay! Abbauen! Wir bauen ihn nicht mal ab! Hauptsache, ich würde sogar Prime Meat geben! Eigentlich könnten wir damit irgendeinen richtig geilen Fleischfresser zähmen! Okay, wieder ein bisschen... Aber eigentlich könnten wir hier echt... Fleisch! Wir sind jetzt anscheinend ziemlich viele Krokodile! Hier hinkommen! Irgendeinen Fleischfresser zähmen! Ja sonst... So hier! Da hinten! Dann holen wir uns jetzt so'n... So'n... Revenger! Meinst du, die fressen Fleisch? Ja! Digga! Die wollen uns richtig ins Leder gehen! Ich hab nur... Ich hab nur... Ich hab nur zwei Narko-Eros! Das wird nicht recht! Ich habe zehn Narko... Narko-Deck habe ich! Wir könnten ihn... Warte mal! Ich kann ja nochmal... Vier hab ich nochmal hergestellt! Ich würd' sagen... Hier beenden wir erstmal die Folge! In der nächsten Folge... Versuchen wir so'n Revenger zu zähmen! Das wär' richtig geil, wenn das funktioniert! Die Expedition... Sie glänzt! Leider den Krebs nicht looten können! Das war super ärgerlich! Aber wir sehen uns ja morgen wieder... Super schade! Dann geht's schon wieder weiter! Wahrscheinlich hat er das geheime super... Super... Super OPL gesehen! Also doch noch hoch! Bis zum nächsten Mal! Reingehauen! Bis zum nächsten Mal! Reingehauen! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!